Fluten. Willst du durchs Labyrinth laufen? Müssen wir da nicht beide durch? Weiß ich nicht, weil hier oben sind ja noch Pistons und ich kann Wasser nach unten reiten. Zu dir. Deswegen, vielleicht, dass du da irgendwie nach oben gehst. Achso, okay. Gibt es das was? Na, jetzt bin ich ja jetzt schon im Labyrinth. Dann leite mich mal hier durch. Okay. Siehst du mich? Ja, Moment. Jetzt, ja, lauf mal. So, ich bin jetzt hier. Nach rechts? Also hier lang. Ja, stopp. Und dann nach links, ja, genau. Rechts. Rechts. Und jetzt bin ich hier vor der Wand. Genau, warte, dann springe ich jetzt hier drauf, dann kannst du wahrscheinlich drüber, oder? So, dann springe ich mal drüber. Ja, eigentlich wäre es taktisch klüger gewesen, dass du durchläufst. Also zumindest von der Zuschauerperspektive, aber das ist jetzt auch wurscht. Booth Button at Onsley. Okay. Jetzt ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Hier ist eine Tür offen. Ah, okay. Hier oben auch. Wendschaft. Ah, wei. Achso, okay, gut. Wendschaft. Ach, schon wieder der Wendschaft? Der war doch schon im ersten Part. Du liebst ja auch Wends. Also von daher. Achso, ist die Windschacht. Ja, genau. Ja, ja, die Ventilationsschacht. Windschacht. Ja, ich liebe die. Ist doch das Richtige für dich. Ja, ist Wahnsinn. Wahnsinn. Gut. Äh, Main Pumpkin Station. Achso, da kam ja raus, das war wieder Checkpoint. Ähm, was sag ich denn da mal wieder? Irgendwie Mist sag ich da wieder. Sieht mehr wie ein Spielplatz als ein Arbeitsplatz aus. Äh, wir hatten hier bestimmt sehr viel Spaß überall rumzuspringen. Ja. Ich hab jetzt gerade schon mal nach Kisten. Gibt's aber nichts. Keine Kisten. Okay, ich glaub einer von uns muss oben drauf, oder? Aua. Wie kommt man denn da hin, überhaupt? Äh. Control Button 2. Okay, ich wusste ja nichts. Control Button 2, den müsste auch irgendwo noch einen Einer geben. Irgendwohin wahrscheinlich, oder? Gibt's ja noch einen. Da hinten, oder? Control Button 1 ist hinter der Pluswand. Achso, da. Kannst du irgendwie hinkommen, oder? Ja, hier. Und, ups. Ja. Ja, toll. Ja, angeschmiert. Wieso? Komm ich ja gar nicht hoch. Warte, warte, warte. Achso, die Dinger, ja, die Dinger, die Dinger. Ne? Jetzt. Achso. Jetzt den nochmal. Ja, der, der hier nochmal, ja. Äh, ey! Draufbleiben! Äh, geht nicht. Ach, geht nicht. Weil ich werd weggeschoben. Durch das, durch den Pisten. Scheiße. Äh, warte. Warte. Das heißt, du musst den Wasserstrahl ausnutzen, der da kommt, genau. Ja, Uhr. Äh, aber es gibt zum Blockieren eine Leiter, gut. Ja, und danach muss ich erst den nächsten dann anschalten. Ja, der zweite an. Wups. Ja, okay, und... Das ist der dritte. Der dritte. Ja, okay. Hm, wunderbar. So, und was steht hier noch? Äh, press two control buttons at run. Also, das gleichzeitige. Ja. Und da ist irgendwas wieder aufgegangen. Wunderbar. Haben ja wieder perfekt hier im Team zusammengearbeitet. Das ist ein Traum. Jetzt, wo ich ein bisschen springen kann? Ja. So. Okay. Was haben wir hier? Ja, wir müssen hin. Die Tür, die aufgegangen ist. Ach, da war er. Ja. Gesehen, die hab ich gar nicht realisiert. Ja. Röhren, Ventilatoren, kein Wunder, dass wir niemanden finden können. Normale Leute gehören zu normalen Orten. Meine Güte, was bin ich für ein kranker Zysho nur. Aber ich sage, äh, was kann denn normal sein in einer überfurchteten Welt voll mit gigantischen Würfeln? Meine Güte, also ich bin ja total ein kranker Zysho oder irgendwie. Das ist ja unglaublich. Ist hier noch irgendwas? Geht das immer hier runter? Hier geht zumindest ein Loch runter. Äh, ouch. Ja, ihr auch. Aber, hier komme ich nicht durch. Scheiße. Scheiße, ich ertrink jetzt, oder? Schaffe ich es noch hoch. Komm, 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 um, hoch. Ach, Gott sei Dank. Sehr gut. Äh, oh, shit. Ouch. So, äh, Old North, okay. Äh, ich muss mich verstecken. Ich habe die Resultate von den Meerwassertests studiert und bewiesen, dass irgendwer nahe dem Würfel, oder dass irgendwo nahe dem Würfel, äh, irgendwo eine Flotte, also eine vollständige Flotte von Vorkataklysmuszeitschiffen, äh, von Gas betrieben werden. Und du sagst, äh, ja, okay, ich habe gar keine Schiffe draußen. Okay. Ich habe es jetzt genommen. Ich glaube mir eh selbst nicht, weil ich ja so komisch bin. Chapter 2, okay. Achso. 3. Äh, Chapter 3, ja. Cube, roofing a cube, okay. Würfel in Würfel, okay. Würfel in Würfel, so, ja. Äh, to the management, und das ist nur ein Checkpoint wahrscheinlich. Oder? Ja. Wollen wir hier noch nicht? Oder? Bin ich jetzt gerade verwirrt. Hier ist die Central Town. Hier bist du sicher? Nee, hier wollen wir noch nicht. Nee, doch nicht. Okay, gut. Das sahen wir jetzt auch schönes Bild. Cube, Astro hat befohlen, jede Bücher zu verbrennen, die nur das Wunder auf der Oberfläche erwähnen. Aha. Die Separation war unser größter Sieg. Wir sind frei von den infektiösen Rebellen. Okay. Gesucht. Kopp die Craftio. Äh, Spion und Außenseiter. Aber du sagst, es sieht so aus, als würde niemand die Craftio mögen. Und ich sage, es sieht so aus, als ob sie die Separation als etwas Gutes ansehen. Okay. Ach, hier ist ein Kürbis. 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 Ein Buch. Ein Buch. Okay. Und hier ist... Press to the code signal three. Dann haben wir doch den Zweier verpasst. Ja, irgendwie schon. Ja, das war wahrscheinlich der vorhin, da wo wir nicht hochbekommen sind, die Leiter, oder? Das kann sein. Da fucks, Note? Da fucks. Der dritte Transmitter ist im Cube versteckt. Äh, also in einem Würfel. In einem Würfel. In einem Würfel. Ja. Eine Menge Verwirrung. Aber ich bin zu gut dafür. Äh, bald sollte ich alles wissen. Okay. In der Kiste war noch ein Buch drin. Ja. Das ist aber jetzt ein bisschen ärgerlich mit der Zwei. Wir müssen ja nur einen weiteren und den letzten noch finden. Also das heißt, so wie ich das verstanden habe. Okay. Dann müsste das reichen. Also das heißt, wir brauchen theoretisch nur noch einen. Ja, und den letzten. Und den letzten. Da waren wir schon. F.Q.Bustros Office. Kommen wir nicht rein. Stehen mitten, Becken mitten im, auf so einem Platz. Super. Ja, das sind alles hier die Office. Nichts da. Wanted. Das hat eine. Hier ist was. Okay. Wählt Cubeastro. Und hier ist noch. Eine Spinnenwebe. Und hier ist noch eine No. Gustav. This gigant lava core cut off them off from surface exit, but I guess they were not using it anyway. Okay. Sehr schön. Also ich bin hier oben in diesem. Oh, dann bin ich schon drin, ne? Das ist jetzt so. Ach, blöde Spinnenwebe. Dicken Zugang. So, und dann sind wir jetzt hier oben. Mit ein bisschen Kuchen. Und eine Old Note. Hab die hab ich gar nicht gesehen. Wo war die denn? Bist du denn überhaupt? Ach, hier. Hier, beim Kuchen. Ah. An dem Separations-Gewortstag erwarten Sie, dass wir sehr viele Reserven, also nicht Reserven, sondern auch wieder ein bisschen Vorräte haben. Okay. Äh. Wir müssen halt jetzt wieder Kuchen backen, und das ist absurd. Puh, ja, ich kann eh nicht backen, also. Das wird schon nichts. Ähm. Da war nix drin. Nee. Das war nix. Aber hier ging's weiter. Selling Access. Oh, hier oben steht was. Eine Note von Cubastro. Von Cubastro, mal wieder. Ach da. Das ist mein Cube. Meiner. Ich liebe es, ihn von hier oben anzugucken. Äh. Wenigstens muss ich nicht diese wilden und kranken Kreaturen unter mir angucken. In dem Shroom Forest. Ach, war das nicht, äh, dieser Prisoner, ja? Dieser Cubastro. Das ist dieser, Cubastro ist dieser Rebell. Ach so, ich dachte, also der gefangen werden soll, ne? Ja. Ja, also doch der Prisoner, ja. Okay. Na, komm ich jetzt nicht runter, jetzt, so. Hier geht's auch nochmal runter. Wo landen wir dann hier? Noch ein Cake. Noch eine Note von Cubastro. Äh, die Craftio muss sterben. Das ist es. Er gibt den Leuten Hoffnung. Er will, dass wir eine Allianz formen, nachdem wir so viel bezahlen mussten für die Separation. Okay. Also ich nehme mal an, dieser Cubastro ist derjenige, der die Separation will und der die Cube, keine Ahnung was, ist der, der die Vereinigung will. Ach so, gut. Äh, Cubastro's Note, äh, ja, meine Redstone-Krise. Gut, dass ich, äh, einige hier habe, irgendwo. Hab da keine gefunden. Was haben wir jetzt hier? Schon wieder. Jeder, der von den, äh, Leuchttürmen spricht, muss zum Schweigen gebracht werden. Es gibt sie wirklich, aber die Leute sollten sich auf das Hier und Jetzt konzentrieren und nicht auf, äh, frühere Relikte oder Relikte aus früherer Zeit. Ich gucke gerade die ganze Zeit aus dem Fenster, wo überhaupt so ein blöder Leuchtturm sein soll. Ich habe noch keinen gesehen. Wahrscheinlich draußen irgendwo, an der Oberfläche, keine Ahnung, auf diesem Meer. So. So, arrived. Ach so, das war wieder ein Checkpoint, okay. Und da unten ist ja noch eine Leiter. Gehen wir noch tiefer hier. Uh. Gustav. Hoch und runter und hoch und runter. Ich bin verwirrt. Wirklich. Äh, auf welcher Etage oder, auf welcher Höhe sind wir nun? Auf Höhe 48. So. Untergrundzugang. Verrottende Notiz. Emanuelle Steuerung. Verbindung. Los. Es ist die Untergrundsektion. Hergestellt werden. Da müssen wir irgendwas machen. Ja. Was ist das?